Hallihallo! Wie ihr seht, muss ich mich noch anziehen. Als erstes die Socken. Die ziehe ich über meine Füße. Dann ein T-Shirt. Das ziehe ich über den Kopf. Als nächstes die Hose. Da schlüpfe ich mit den Beinen rein. Weil es heute so kalt ist, noch ein Pullover. Den ziehe ich wieder über den Kopf. Jetzt Schuhe. Die schützen die Füße. Und bevor ich rausgehe, ziehe ich noch eine Jacke an. Die schützt mich vor Wind und Wetter. Wenn das Wetter mitspielt, trage ich übrigens auch gerne mal ein Kleid. Dazu passen allerdings keine Socken. Und auch die Schuhe sehen dazu komisch aus. Da ziehe ich dann zum Beispiel Sandalen an die Füße. Und was mache ich mit den Haaren? Das ist eine Haarspange. Die verhindert, dass die Haare ins Gesicht hängen. Ich kann aber auch einen Haarreif benutzen. Schick, oder? Und wenn es warm ist, dann binde ich mir gern die Haare mit einem Haargummi zu einem Zopf. So, jetzt aber wieder zum ursprünglichen Outfit. Tadaaa! Auf in den Tag! Tschüss und bis bald! Anselm und ich würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns auch sonst weiterempfehlen würde. bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!